Diese Torhüter haben bisher die meisten Paraden in dieser Saison. In den Top 5 sind gleich zwei Deutsche und Platz 1 wirst du garantiert nicht erraten. Auf Platz 5 steht Monacos Alexander Nübel mit 78 Paraden. Vierter ist Edgar Badia von Elche mit 80 Paraden. Kommen wir nun zu den Top 3. Jeremias Ledesma kommt mit 81 geilen Schüssen auf Platz 3. Der zweite Deutsche in den Top 5 und Platz 2 ist Bernd Lenun. Er konnte ebenfalls 81 Paraden erzielen, davon 9 Schüsse innerhalb des 5-Meter-Raums. Bei diesem Wert steht er gemeinsam mit Manuel Riemann auf Platz 1. Mit Abstand die meisten Paraden hat David Weyer vom FC Brentford. Er hat ganze 86 Schüsse pariert.